Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net-Spezial. Auch heute am Freitag ist es nochmal sehr heiß mit Temperaturen von knapp 40, 41 Grad. Und der ein oder andere von uns, der ist mittlerweile völlig fertig von der Hitze, der hat keine Lust mehr. Aber wir haben erst Ende Juli und natürlich kann es auch im August nochmal zu großen Hitzewellen kommen. Der Rekord 2003 mit 40,2 Grad wurde auch erst im August aufgestellt. Da kann also noch was gehen und es sieht wirklich etwas danach aus, als könnten wir Anfang August die nächste Hitzewelle bekommen. Schauen wir uns mal die aktuellen Ensemble-Vorhersagen an für die kommenden Tage und Wochen. Und dann sehen wir mit einem Blick auf die Ensemble-Vorhersage für das Rhein-Main-Gebiet, dass es zunächst mal kühler wird. Das sind die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Die liegen aktuell bei knapp 25 Grad. Und das bedeutet hier unten bei uns, da kann es teilweise über 40 Grad heiß werden. Und das ist es ja auch geworden. Die Luftmassen in 1500 Metern Höhe sind immer ein ganz gutes Kriterium. Um schnell zu sehen, kommen warme oder kalte Luftmassen auf uns zu? Wird es wärmer oder wird es kälter? Und wir sehen, es wird zunächst mal kälter in der Höhe. Temperaturen dann in der nächsten Woche um 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das bringt dann hier unten am Erdboden so um die 25, vielleicht auch mal 27, 28 Grad. Aber wir sehen auch, die Durchschnittskurve aller Berechnungen geht zu Anfang August langsam wieder in die Höhe. Und einzelne Berechnungen gehen schon wieder Richtung 20 Grad Marke. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, dass es Anfang August eine neue Hitzewelle geben könnte. Ja und die Niederschläge, die gehen auch mal kurz nach oben. Hier, wenn die kalte Luft quasi kommt und die warme verdrängt wird, gibt es einzelne heftige Schauer und Gewitter. Auch mal mit Starkregen, aber danach kommt kaum noch Niederschlag vom Himmel. Nochmal der Blick auf die Ensemble-Vorhersage für den Oberrhein. Auch hier ein ähnliches Bild. Zunächst geht es mit den Luftmassentemperaturen in 1500 Metern Höhe nach unten. Auf Werte knapp um oder unter 10 Grad. Aber hier auch Anfang August ein Trend Richtung 20 Grad Marke. Und hier auch wieder einzelne Berechnungen, die gehen auf 20 Grad. Und das würde dann wieder Temperaturen um 35 bis 38 Grad bedeuten. Das heißt, Anfang August, da ist weiterhin eine hohe Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass es noch mal zu einer weiteren Hitzewelle kommt. Ja und das hier ist die Prognose für den nächsten Samstag, für den 3. August. Und zwar vom europäischen Wettermodell. Ebenfalls die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Hier ist Deutschland und hier ist Frankreich und hier ist wieder Nordafrika. Und wir sehen, schon wieder nähert sich eine neue Hitzezunge Frankreich mit Kurs auch Richtung Deutschland. Das heißt, da ist durchaus etwas dran, dass es in den ersten Augusttagen noch mal sehr heiß bei uns werden könnte. Fazit, der Sommer 2019 ist in Sachen Hitze noch lange nicht vorbei. Da kann noch einiges gehen. Wir halten euch natürlich hier bei wetter.net weiterhin auf dem Laufenden. Das war es vom Wetter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht unseren Kanal auf YouTube wetternet zu abonnieren. Tschüss und ein schönes Wochenende.